Willkommen beim ersten Fahrradio Update. Ich bin gerade ungefähr bei Kilometer 90 auf Höhe Michelbach in Unterfranken. Unter mir liegt der Main, ein großes Tal und ungefähr 10 Kilometer entfernt von mir sind noch die ersten Teilnehmer. Laut Liste sind das Bert Platzer, René F., Robert Krügel, Christian Biel und Kai Menze. Ist klar, wir sind jetzt ungefähr 86 Kilometer drin. Die sind alle noch relativ nah zusammen. Deshalb bin ich auch hier. So, das ist das erste Update. Ich warte jetzt auf die Fahrer.